Hallo meine lieben Arkfreunde, ja heute widmen wir uns den Mikroraptor und zwar der, boah, wie ich es immer wieder hasse, der Knarilongus, ja, ich sage, heißt er jetzt einfach bei mir so. Er ist der kleinste Nicht-Flugsauer auf der Insel und er ist extrem schnell. Das nutzt er natürlich aus, um seine riesengroßen Hojones, eigentlich seine kleinen Eier zu zeigen, denn er ist extrem aggressiv. Also er pisst wirklich jeden vor den Latz, er glaubt tatsächlich, er ist an der Spitze der Nahrungskette. Dieses kleine Ungetüm. Der Kollege kann gezähmt werden und als gezähmter Begleiter, ja er sitzt ja logischerweise nicht so mächtig jetzt wie ein T-Rex, aber er ist dennoch nützlich für uns Spieler im Kampf. Denn seine natürliche Intenz, wirklich alles anzugreifen, kommt uns hier zugute, denn er greift ausschließlich den Spieler auf Tieren an. Sprich, wenn er den jetzt auf jemanden losschickt, der was auf dem Tier sitzt, greift er nicht das Tierchen an, sondern er fokussiert immer den Spieler drauf. Und wenn man dort vielleicht ein kleines Rudel hat, kann ich mir gut vorstellen, dass die den richtig schön zerpflücken. Bekannte Informationen über das Tierchen, ja während der Jagd, kommt ihm seine Schnelligkeit zugute. Das ist halt sein riesengroßes Pluswasserhardt. Dennoch sind seine kleinen süßen Schlügelchen für den dauerhaften Flug zu schwach. Kann einfach nicht fliegen. Deswegen krabbelt er auf dem Boden rum und hat recht ordentliche Sprünge drauf, der Kollege. Das erlaubt ihm zum Beispiel, kleinere Fische zu jagen. Die springt er dann mit einem Sautzau und das war's dann. Er kann nicht fliegen, er kann super springen. Er ist mega toll aggressiv ergreift, nur die Spieler an, wenn sich die zum Beispiel auf dem Reite befinden. Ja, das sind jetzt so die Eckpunkte, was wir dann haben. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erwähnen. Ja, er frisst halt so so Fischzeug-Sachen, ne. Also er ist ein Fleischfresser. Man kann ihm nicht reiten. Für das ist da keine Scheiße einfach zu klären. Das war's jetzt auch schon. Also recht viel mehr kann und tut und macht der Kollege nicht. Er ist ja auch ganz normal themenbar, indem er ihm ins Kummer schlägt. Also es ist jetzt kein passives Themen, was wir hier machen müssen. Ja, das war's auch schon mit unserem Mikrorobdor. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Wenn ihr dann Däumchen hoch und Abo her. Ich liebe euch sehr.